Ja, servus Leute, das hier ist ein spontanes Video. Ihr seht mich leicht unter Schock, denn mich haben in den letzten 2-3 Stunden zahlreiche Nachrichten erreicht, dass es heute wohl kostenlos möglich ist, bei Tesla seinen Elektroautor am Supercharger aufzuladen. Zumindest zeigt das die App an, dass man ab 9 Uhr 0 Cent je Kilowattstunde bezahlt. Und das auch für Fremdmarken. Hier habe ich dann mal zwei Nachrichten exemplarisch für euch rausgesucht. Und zwar schreibt der Daniel, guten Morgen, ihr habt noch richtige Anrede. Das ist mal eine Breaking News, ich habe zwei Mails von ihm zusammengefasst. Bei Tesla kann ab heute jeder zwischen 9 und 24 Uhr gratis laden. Aber das Tesla Navi kündigt bereits wieder Änderungen für heute Mitternacht an. Es könnte sich also um eine einmalige Geschichte heute handeln. Gruß Daniel und der Oliver schreibt, hey, falls das tatsächlich kein Fehler sein sollte, solltest du ein Video bei YouTube machen über die neuen Preise bei Tesla. Wenn es kein Fehler ist, ist das eine echte Sensation. Und ich kann nur jedem raten, der ein leeres Elektroauto hat, heute ab 9 Uhr an den Supercharger zumindest mal zu fahren und zu gucken, ob es so ist. Die werden natürlich dann auch gut besucht sein, keine Frage. Wir haben hier einmal Treusdorf, das hat mir der Daniel geschickt, also bis 9.35 Uhr und dann bis 24.00 Uhr sind. Dann hat mir der Oliver das hier geschickt, bis 9.34 Uhr und bis 24.00 Uhr sind. Dann hat mir der Roman dieses Video hier geschickt. Ich spiele es mal gerade ab. So. Das ist also von seinem Handy direkt. Schweizer Franken 0 von 9 bis 0 Uhr. Und ich gehe jetzt auch nochmal her und werde live hier nochmal gucken, ob es so ist. Die Tesla App habe ich offen. Laden Sie Ihr Nicht-Tesla-Fahrzeug auf. Dann gehen wir hier direkt mal nach Motten. 16 Stück, 16 verfügbar. Und ihr seht das hier, 46 Cent bis 9 Uhr. 7 AM, die meisten Ladestationen verfügbar. Und 5 PM, 4 PM, die meisten Ladestationen verfügbar. Also das sollte man auch problemlos laden können. Und ihr seht es ja hier, 0 Cent die Kilowattstunde. Ich kann natürlich nicht fest behaupten, dass es kein Fehler von Tesla ist. Aber ich werde mir das Ganze mal anschauen. Ich werde also nachher direkt nach Motten fahren. Und mal gucken, ob ich für 0 Cent den VW ID.3, den ich hier noch vor der Tür stehen habe, vollladen kann. Dann kann ich am Donnerstag dem VW Mitarbeiter ein vollgeknalltes Fahrzeug für die Rückfahrt nach Wolfsburg zur Verfügung stellen. Gut. Das ist also die neuste News. Ob das jetzt dauerhaft so ist, darf man wohl bezweifeln. Aber es ist natürlich eine tolle Aktion. Stellt euch mal vor, deutschlandweit würde Aral sagen, ihr könnt jetzt von 9 Uhr bis 24 Uhr kostenlos euer Auto betanken. Chaos würde ausbrechen. Ich gehe zwar davon aus, dass auch an den Supercharger das ein oder andere Problemchen heute entstehen könnte an gut ausgelasteten Standorten. Aber ich probiere es aus. Ich fahre hin und werde versuchen, den ID.3 vollzuladen. Der B-Boy ist leider schon voll. Sonst würde ich damit vielleicht auch hinfahren. Aber okay. Ist natürlich eine tolle Nachricht. Daumen hoch an Tesla, falls es wirklich so ist. Aber bitte mit Vorsicht genießen. Vielleicht ist es ein Fehler und Tesla korrigiert das noch. Aber ich will euch zumindest darüber informieren. Schaut in die Tesla App rein, wie sich das entwickelt. Und wenn ihr eh unterwegs seid, euer Auto ist leer und Supercharger in der Nähe, dann fahrt mal hin und probiert es aus. Gut. Das soll es für dieses kurze Update Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und Abo ist wohl obligatorisch und verpasst ihr das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.